Musik 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 Mit dem KE16-2 habe ich die Möglichkeit, saubere Sichtkanten herzustellen und Phasen für eine Schweißnahtvorbereitung. Musik Der Kantenengrade eignet sich hervorragend zur Bearbeitung von Stahl und Aluminium. Ich kann es durch verschiedene Profile, aber auch Rohre verwenden. Das bedeutet, ich habe beim Rohr die Möglichkeit, Phasen von 150 bis 300 mm herzustellen. Optional kann ich es aber auch bis 600 mm verwenden. Musik Die Maschine ist ausgestattet mit einem 2-6-fach Schneidplattenhalter. Ich habe eine feste Umdrehungszahl von 3000 Umdrehungen und ich habe die Möglichkeit, den Winkel stufenlos einzustellen bis zu 60 Grad. Musik Für 20 Kilo ist das zwar eine schwere Maschine, liegt aber dafür super auf dem Werkstück auf. Musik 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 Musik